ja hier willkommen mein name ist dann die rolle p und spiel grüß euch zurück zuletzt bei fallout 4 in der letzten folge haben wir overpass colta besiegt mit einer wasserpistole ja das war sehr humiliating und ja wir sind jetzt hier endlich in nuca world angekommen den freizeitpark bin ich überhaupt genau hat ja alles dinge ich glaube nur das ne ich glaube nur das hier ist der freizeitpark hat hier und als da drum ist irgendwie was anderes und bin ich jetzt da wo wir haben hier ein zwei quests bekommen historik besten nebenquests und so ich würde sagen wir machen damit die medaillen als erstes dafür müssen wir an verschiedenen orten gehen um kann ich mich auch hier in porten kann ich auch screen level okay die wird mir nicht angezeigt wo ich hin muss ein park mehr in der welt der erfrischung ok market nuca town markt her damit muss man sachen verkaufen und vielleicht neue sachen kaufen weil da ist ein addon und hier sind bestimmt fallige ein waffen und rüstungen zu kaufen also her damit will haben ganz tolle hallo muss echt stressig sein mit diesen verrätern als abschneidern und betrügern was auch ein sklavenheitsband was hast du vorrätig die medizin die du brauchst um frei zu sein ich habe alle möglichen kämpfst du dich boss sag einfach was du brauchst ja ich bin jetzt der boss genau ich habe ein paar minuten um mir dein angebote anzusehen erstanden was von daher hat man irgendwie nicht so ein komisches ja wenn man hat ich schon wenn ich ein helm auf habe dann hat man hat ja immer so komisch irgendwie und ja ich habe jetzt eigentlich auch ein helm auf aber da hört man hat nicht und ich mir hat neben ich komme ja nicht neben hat war ja wollte ich auch schon den letzten paar tagen die scheine ich doch gut zu verstehen wenn die alle an ein ort leben große pläne was beinhalteten die auch in der eigenen arena getötet zu werden natürlich nicht als kulte oberboss wurde hatte er große pläne und er machte ein paar große versprechungen er wollte das kraftwerk wieder ans netz anschließen und den ganzen park beleuchten damit er einfacher zu erobern und sicherer für uns alle das hätten wir schaffen gewalt aber wir sind doch schon hier mit anderen den europäischen war klingt als wäre er zu bequem geworden ich kann dazu nicht sagen hab das von den banden aber auch schon gehört ich bin nur ein einfacher händler also zählt meine meinung ich finde den plan aber trotzdem verdammt vielleicht hätten dann auch die armen wichser meinst du denn als die wälder die kontrolle übernahmen sind einige von uns entkommen also von den händlern die hier vorher waren ich weiß nur dass sie in driver falsch waren haben wahrscheinlich probleme wenn sie überhaupt noch nicht wirst du das plan in die tat umsetzen damit wir wieder saft haben das plan war gut vielleicht führe ich ihn ja zu ende hoffentlich boss ehrlich gesagt habe ich mehr als einmal von diesem tag geträumt keine ahnung warum vielleicht liegt mir der out hier einfach am herzen habe eine menge arbeit eingestellt hört sich seltsam an das weiß ich aber nur kohr ist etwas besonderes ich finde ihre lichter sollten endlich wieder leuchten und stell dir nur vor nachts würde man uns meilenweit ziehen können die leute würden darüber reden und auf dem markt einkommen bei uns angreifen wie du das sagst wird es sich tatsächlich nach einer guten idee deine entscheidung boss aber du hast ja noch zeit ich gehe dann mal wieder an die arbeit bis dann was also nicht so zu kaufen irgendjemand was zu verkaufen hat es doch schon besser an willst du meinen bescheidenen markt stand mit deiner anwesenheit behehren nur großer boss aber natürlich nicht unbedingt ich schaue mich nur ja also ich sag dir mal was du sehen wirst du wirst eine menge fleißiger leute sehen die gezwungen sind die bis gut an reisende aus dem ganzen ödland zu verkaufen wir machen die ganze arbeit dann heimsen die banden alles ein gutes geschäft zumindest für euch aber es ist wohl egal was ich denke oder solange ich dieses halsband habe bin ich nichts weiter als ein sklaven kurz darüber könnte schlimmer sei ich nicht meine schuld dass es so läuft ich bin neu hier habe ich auch nie behauptet du solltest nur wissen worauf du dich einlässt also wenn du waffen oder munition brauchst sprich mit mir und bevor du fragst ja jederzeit selbst so schön gewesen ich schaue es mir alles klar aber hast du ja jetzt schon gleich was neues blätter kann ohne das ist doch der nötter stand für jeden weiteren treffer am gleichen zieht ja auch 9000 du hast nur waffen ok wo ist nur diese eine waffe ok dann war ich brauche mal mein zeug da muss ich hier das mal anziehen modische brille und mein resultier mit das ding noch billiger wieder zu hause ich kann es mal 11 nun geben wir mein zeug nur drei verdammt jetzt 8000 aber schon 1000 konkurren gespart was aber ein jahr wird lust geschaffen wo sie kola fans wir können auch speck damit ich glaube ich habe so zeichen bock und soja damit ich auch noch nicht und so tut man geld ausgeben ich habe noch vor kriegs wenn ich auch noch weg war dann mal ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht mal zehn werden erwartet egal nicht dass ich irgendwas verkauft wird ich hier bereue auf der zeige bock ich geld 1000 ausgegeben passt wird was ist so man die marie hat wünsche munition fehlt 7,62 mm watt das ist denn für die munition so kann ich mich über die leck mich wenn ich mit der reden aus spieler leichtzeug recht verkauft hat uns da gern infusions kerat Wo gehst du es? Bestimmt möchte ich sein. Bist du klein. Hast du diesen verrückten Flaschenroboter gesehen? Ich bin nicht gut, dass ich alles mitnehmen kann. Ja, ich weiß, wie der Beste. Ich will niemandem Albträume verschaffen. Gott sei Dank. Mein Gesicht ist nicht zum... Ich hole dich irgendwann weg. Aber warum nicht die Vorteile meiner Position genießen? Du hast bestimmt Wichtigeres zu tun als mit jedem. Oder möchtest du was kaufen? Ja, aber das ist alles sofort was. Was auch Sachen leckt mich. Intelligente Spitterkanate und Explosionsverletzung des Werfers. Wie geht denn das? Aber du hast natürlich jetzt Rüstung, ne? Nein. Nein, hast du nicht. Du hast Toren gewandt. Wegen Jünger oder was? Boah. So. Ich kann jetzt, wenn ich nur Power Armor Dinge finde. Power Armor Station, wo ich meine Power Armor Reparieren kann. Sobald ich da rein und rausgehe, mag das Sportspieler nicht. Und das kochst mich an. Ich habe irgendeinen Scheiß mitgenommen. Boah. Ich weiß nicht warum. Er ist irgendwie voll schwer in diesem Spiel Treppen hoch zu laufen. Ich weiß nicht wieso. Jeder bleibt sein Teil bei. Aber es gibt hier oben noch warten. Nein, okay. Was? 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 Was sind denn jetzt alle verfeindet? Was? Was sind mit euch? Oh. Habe ich dir aus Versehen getroffen oder was? Ja, als ich runtergesprungen bin, habe ich jemanden getroffen wahrscheinlich. Aber warum gehen die denn direkt auf einen los? Boah. Wie seid ihr überhämmert? Ich will nicht wissen, ich habe noch kein einziges Mal gespeichert. Boah. Hey. Was ist denn da für ein Scheiß? Boah. Okay. Dann vergesst man den Markt. Und. Ah. Gott. Geben wir irgendwo anders hin. Boah. Ey. Durch off screen nochmal mit den ganzen Leuten reden. Boah. Ich hab ja schon. Vor allem. Vor allem. Er ist überhaupt nicht so wie ein Fallout 3. Das kotzt mich irgendwie an. Normalerweise konnte du da eine Person anschießen und die Waffe wegstecken. Dann ist sie ein. Wir freuen uns nicht. Ich meine, das macht natürlich keinen Sinn. Aber wenn dann hier so ein Scheiß passiert, wäre es schon nützlich gewesen. Aber okay. Ah. Gut. Aber 15 Minuten verschwende. Was soll es gehen wir irgendwo anders hin? So ein Dreck. Scheiße. Die Kura Flasche habe ich schon in der letzten Folge gedreht, oder? Op. Kom. Ist nämlich derrasse. hatte aber ja wenn ich auch nicht gespeichert habe nach all den ich eigentlich irre wo dann gehen wir mal irgendwo hin und machen irgendwas hallo ich mag dich nicht wenn noch was da ist wie verlässlich ist deine quelle ich möchte dass es auch so bleiben das ist für dich wenn du noch was erfährst dann jetzt aber nicht angenommen ich glaube wir beide werden in zukunft viel zu besprechen haben und die ordnung überhaupt so wo sind wir denn ja frage jemand da wo der kreis hier ist oder sind wir hier so reingekommen ok eine ahnung nochmal so als wirst du das auswendig hier ich habe mir angeguckt habe ja okay die einheit und schon gesagt weil es ist also dass man hat gehen wir mal hier in was auch immer da ist station ok haben wir uns immer noch einmal aber was soll es ok viele verschiedene dinger wie er finden soll da ist schon das nächste gebiet da gehen wir ein erkennt den drehen wir sehen was auf der karte wir gehen ein fertig und jetzt regnet auch noch junge ich höre schüsse ja man die wette effekte schon immer so wollen wir schon immer so gewackelt hallo würde ich kann meine taschenlampe nicht an machen irgendwie sehr doof und obwohl man sieht im pp ich habe keine kopftaschenlampe war mein kopf kaputt ist wir sind so aussehen als wäre eine tasche lampe das sind die heizung mal wieder ruhig ja meinst du machst irgendwie voll abgegangen vor eine stunde eine halbe stunde oder so mir ist nix da geht weiter dann gehen wir zu ort nummer eins in look how world ich rechne mit gorillas oder irgendwelche anderen viecher angreifen werden das habe ich so tief hier sage ich in so einem loch so stützt auch voll ab in den boden aber da mal da ja wenn du antworten auf die großen fragen des lebens sucht kann die hallo die wir helfen ja natürlich auch was sagt denn du mich nur mit leuten und halten ja ich hoffe natürlich dass du so so ihr seid religiöse spinner seid ein haufen religiöser spinner das ist nicht bereit ist mehr über die wahrheiten der haben auch schon habe ich auch wegen dir gesagt mein auftrag musst du nicht gläubig sein du musst nur fünf raumanzüge aus dem volkspec bereich in der galactic zone geschaffen ich zahle die dafür 200 kronen mit der reden lass dir mit dem raumanzügen nicht zu viel zeit irgendwie wie es ein tolles oder so oder was soll das hier sein ich kann die neurodünen in deinem körper spüren du solltest wirklich bald meine ausrichtung machen lassen hey bist du bereit die ketten deiner neurodünen abzuwerfen abologie ist nicht für jeden geeignet mit einer kleinen spende von 50 kronenkorgen zeigst du dass du es ernst meinst du wirst dabei auf jeden fall strahlung abkriegen solltest vorher also gesund sein bereit dann sind wir den platz im seite ausrichter seht da hat sie neue außerirdischen wir sind habe ich bin zu lang ich bin nur eine ahre ist verdammt noch mal ja luca frutti rezept war eine ausrichtung tschuldigung mir erzählt nie jemand war das heißt immer mein ahs wäre nicht hoch ein ding ich kann mich nicht hinsetzen weil ich nur verdammter paul haben wir an ab ich sage ich bin die partie ja voll viel reich und ja wir sehen uns an das wir mit dem raum anzügen nicht zu viel zeit und sagen wir sehen uns an der nächste folge als bei v4 oder wo soll ich das nochmal ich weiß nicht viel weil es noch hier sind noch vier fünf leute oder was tschuldigung ja 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 die ist verrückt durch mal angesehen macht mir angst die sonne scheiß ist da noch mal ein das im klo ich kann nicht an machen kann ich stehe nicht nur aus dem ödland kollega habe ich aber doch vor anderen seite der welt passiert ist wir sind ja nur in den usa gefallen die bomben da ist nur wir leben im moment so ein leben ein gewicht von fast war es nicht da pinkeln wir jetzt gegen okay ich sagen nach diesen aufschluss reichen part wo nicht viel passiert ist ich habe gerade mitgenommen ich sagen sehen wir uns dann in der nächsten wahl von let's play von haut 4 ich bleibe mich alle herzlich fürs zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten frage dass dass Vielen Dank.